Feuertote sind Rauchtote Mit diesem Satz im Kopf wachte sie auf und begann unwillkürlich die Luft stoßweise durch die Nase einzuatmen. Als wollte sie sich vergewissern, dass das Gebäude nicht in Flammen stand und der Qualm bereits in ihr Zimmer strömte. Doch da war nichts. Da war kein Brandgeruch, kein Rauch bahnte sich seinen Weg durch den Spalt unter der Eingangstür rechts von ihr, über den fadenscheinigen Teppich, der einst einmal cremefarben und hochflorig gewesen sein musste, jetzt aber wie ein schmutziger Fußabtreter aussah, grau und von vielen Füßen plattgetreten. Bei einem Brand sterben die meisten Menschen nicht in den Flammen, sie ersticken im giftigen Qualm. Nun denn, sie hatte eine vollkommen klare Sicht. Auf die milchgläserne Lampe, die an eine alte Salatschüssel erinnerte, lieblos an die gespachtelte Decke geschraubt. Fleckig wie die Tagesdecke, auf der sie lag, und die sich farblich kaum von den zugezogenen Vorhängen auf ihrer Seite unterschied. Manteldicke, braune Stoffplanen, die kein Licht durchließen, sodass sie nicht wusste, ob es Nacht war oder die Vorhänge einfach nur extrem gut verdunkelten. Vielleicht, und das war nur einer von vielen Gedanken, die sie verstörten, vielleicht befinden sich auch gar keine Fenster dahinter. Vielleicht waren die Vorhänge nur eine Attrappe, so wie die Plastikorchideen in der Vase auf der Kommode. Der Fernseher daneben hingegen war echt. Er lief mit einem seltsamen monotonen Grundrauschen, wobei sie ihn aktuell mehr als einzige Licht denn als Informationsquelle wahrnahmen. Sein Bildschirm war für den Abstand zum Bett zu klein dimensioniert, und zu sehen, was auf ihm gezeigt wurde, hätte sie den Kopf heben müssen, wozu sie wohl gerade noch genügend Kraft aufgebracht hätte. Besser noch wäre es, wenn sie sich im Bett aufsetzte, allein für ihren verrückt spielenden Kreislauf. Doch das schaffte sie nicht. Aus dem einfachen Grund, weil die Kabelbinder, mit denen sie gefesselt war, ihr nicht genügend Bewegungsspielraum dafür ließen. Das Kopfteil ihres Bettes war mit schmutzig-grauem Kunstleder überzogen. Ein Edelstahlrohr bildete den Abschluss. Vielleicht aus optischen Gründen, vielleicht damit auf dem Kopfende abgelegte Gegenstände nicht auf die Matratze herabfallen konnten. Wozu auch immer es ursprünglich gedacht gewesen war, irgendjemand hatte es jetzt genutzt, um sie daran zu fixieren, wobei er die Schlingen der Kabelbinder so fest zugezogen hatte, dass es ihr noch nicht einmal möglich war, die Hände am Rohr entlang seitlich zueinander zu führen. Somit befand sie sich in einer liegenden Jesus-am-Kreuz-Position, wobei ihr Kopf auf der Matratze ruhte, während ihre Arme jeweils einen halben Meter über dem Oberkörper schwebten. Ein einziger in Flammen gesetzter Büropapierkorb kann mehrere tausend Kubikmeter Rauch erzeugen. Offenbar lief im Fernsehen gerade ein Magazinbeitrag zum Thema Brandschutz in den eigenen vier Wänden. Sie strampelte mit ihren nicht fixierten Beinen die Tagesdecke zum Fußende, als würde das irgendeinen Sinn ergeben. Aber was an dieser Situation war denn überhaupt sinnvoll? Aufgewacht an einem ihr fremden Ort, gefesselt an ein ihr fremdes Bett in einer ihr unbekannten Umgebung, die so anonym und austauschbar eingerichtet war, dass es sich wahrscheinlich um ein billiges Hotelzimmer handelte. Mit einem klaren, völlig ungetrübten Blick auf die trostlose Ausstattung. Eine stoffbezogene Stehlampe, dunkle Holzpaneele an den Wänden, ein Aquarell von einem Waldweg schief an der Wand neben einer Tür, die vermutlich zum Badezimmer führte. Sie sah alles, und doch fühlte sie sich so orientierungslos, als stünde sie inmitten einer giftigen Nebelwolke, die sich, und das war ein weiterer grauenhafter Gedanke, von nun an überall hin mit ihr bewegen würde, sollte sie sich jemals von ihren Fesseln befreien können. Denn der toxische Qualm füllte nicht ihre Umgebung. Es war ihr klar, als sie die Augen schloss und sie sofort das Gefühl bekam, sich in sich selbst umherirrend zu verlieren. Der Nebel des Vergessens, wie sie ihn ab sofort nannte, befand sich in ihr selbst, flutete ihren Verstand. Erstickt mein Bewusstsein. Sie wusste, irgendwo in dem undurchdringlichen Qualm lagen ihre Erinnerungen daran, wer oder was sie war und wie sie hierher gekommen war. In diesem Zustand. Barfuß, nur mit einem groben Baumwollnachthemd bekleidet, in ein Hotelzimmer verschleppt. Mit Schmerzen, die von irgendeinem Punkt ihres Körpers, den sie noch nicht lokalisiert hatte, in alle Richtungen ausstrahlten. Und je mehr sie sich anstrengte, ihre Erinnerungen von der undurchdringlichen Nebelhülle zu befreien, desto weiter schien sich all das, was sie als Mensch definierte, von ihr zu entfernen. Name, Alter, Beruf, Familienstand, Herkunft. Ich weiß nicht, wer oder was ich bin, dachte sie. Und wäre da nicht diese Stimme gewesen, die so angenehm und beruhigend aus dem Fernseher zu ihr sprach, hätte sie vermutlich den letzten Anker in der Realität verloren und wäre vollends auf die offene See des Vergessens getrieben. Unterbrechen wir das laufende Programm für eine Live-Schaltung zur Pressekonferenz der Berliner Polizei. Sie hörten Mimik von Sebastian Fitzek mit fachlicher Beratung von Dirk Eilert, des führenden Mimik- und Körpersprache-Experten im deutschsprachigen Raum. Gelesen von Simon Jäger. Ein Hörbuch des Argon-Verlags. Ich hoffe, euch hat die Hörbuchvorstellung gefallen. Bitte gebt einen Daumen nach oben, denn das hilft dem Kanal. Falls ihr das Hörbuch schon gehört habt, dann schreibt doch einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Dieses Hörbuch gibt es jetzt kostenlos im Probeabo. Schaut in die Infobox, dort findet ihr Links und weitere Hinweise. Hier rechts findet ihr eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert.